Die Weltrekord-Siegesserie ist zu Ende. Dafür schauen wir uns heute nochmal alles an. Von den Anfängen, eine Million Juwelen, bis hin zu den absoluten Weltrekorden und wie weit sie gekommen sind und was genau alles passiert ist und wie sie verloren haben, seht ihr alles im heutigen Video. Viel Spaß! Creator Code? JoJonas Landi wird bekannt als einer der größten deutschen Brawl Stars YouTuber. Unter anderem hat er auch den Weltrekord für die meisten Star-Punkte aufgestellt. Eine Million, das war die alte Saison-Belohnung und hatte dazu den Weltrekord für die meisten Spielstunden. Und überhaupt weltweit in Brawl Stars. Das ist absolut krank. Vor über einem halben Jahr dann die große Ankündigung, dass Landi keinen Spaß mehr oder wenig Spaß mehr an Brawl Stars hat. Was auch verständlich ist nach den ganzen vielen Spielstunden, die er schon gemacht hat. Und entscheidet sich erstmal mit Brawl Stars und auch mit YouTube aufzuhören. Große Ankündigung natürlich. Im Januar diesen Jahres dann das große Comeback. Landi kündigt endlich an, wieder zurückzukommen. Mit Brawl Stars hat er eine ganze Menge verpasst, hat auch gar nicht so viele Trophäen verloren. 38.800. Und wir sehen noch, hier sind Spike bei einfach auf 491 Trophäen. Das ist nochmal ganz interessant. Mal schauen, ob er hier auch seine... Genau, da sehen wir, dass er seine Brawler-Übersicht zeigt. Aus seinen ganzen... Das verstehe ich aber wirklich nicht. Wieso hat er eigentlich die ganzen Brawler freigeschaltet, gemaxt, aber nicht gepusht? Was hat er... Wie kann ich mir das vorstellen? Er geht ins Spiel rein, schaltet den frei, maxed hin. Und dann... Ja, kein Bock, ich gehe wieder raus. Keine Ahnung, wie das eigentlich passiert ist. Und dann beginnt einer der unfassbarsten Weltrekord-Versuche überhaupt. Landi beginnt seinen Account komplett zu droppen. Er verliert absichtlich Trophäen. Wir sehen nach gerade mal ein paar Tagen oder einer Woche hat er nur noch die Hälfte der Trophäen. Unter anderem hier ist ein 8-Bit auf 200. Und sein Plan ist es eben, so weit es geht nach unten zu droppen, um dann die maximale Weltrekord-Siegeserie aufzustellen. Und es wird immer krasser, denn Landi entscheidet sich sogar, jeden Brawler, den er aktuell hat, nicht nur auf 100 Trophäen zu droppen oder 200, sondern auf 49 Trophäen. Und das dauert mehrere Stunden pro Brawler. Also eine absolut krasse Leistung, kann man sagen. Und ein krasses Zeitinvestment natürlich auch in den ganzen Weltrekord. 12.000 Trophäen hat er nur noch, aber das ist gerade mal etwa vielleicht die Hälfte der Zeit. Ich meine, die ganzen 49er-Brawler. Rang von 30 oder Stufe 35 heißt es inzwischen. Und dann passiert das Unglaubliche. Denn Landi gewinnt einfach das offizielle Community-Event von Brawl Stars. Eine Million Juwelen kostenlos im Posteingang. Denn das hat es gegeben für die Spieler, die scheinbar am meisten Matches gespielt haben. Das war tatsächlich nicht offiziell. Es hieß einfach, die werden zufällig vergeben. Oder die werden halt an 25 Spieler vergeben, hieß es. Aber scheinbar wurden sie an die Spieler vergeben mit den meisten Spielstunden oder wahrscheinlich sogar die meisten Matches. Und da Landi den ganzen Tag bis zu 16 Stunden gedroppt ist, bekommt er hier die eine Million Jams. Unter anderem auch zwei, ich glaube sogar drei Zuschauer von ihm, die unter anderem noch kein Geld ins Spiel gesteckt haben. Das ist halt unfassbar. Also die werden sich unfassbar gefreut haben. Gerade für die, die können sich bei Landi bedanken, dass er da so viel gespielt hat. Und für Landi natürlich auch geil hier für sein YouTube-Comeback. Also eigentlich für alle wirklich geil gewesen. Vor ungefähr einem Monat geht das Ganze dann los. Wir sehen, seine Startpunkte sind 2842 Trophäen nur noch. Das ist halt unfassbar. Also er hat wirklich 36.000 Trophäen verloren. Wie viele Stunden wird das gedauert haben? Ich kann nur schätzen, ich würde mal sagen mindestens 200. Vielleicht auch 300 Stunden. Keine Ahnung, wie viel Zeit er da reingesteckt hat. Das ist wirklich ein unfassbares Investment. Ich hätte niemals Bock gehabt, so viele Stunden am Stück nur zu verlieren. Das muss ja echt hartnäckig, äh, das muss echt langweilig gewesen sein. Guck mal, er zeigt sie halt wirklich, ne? Er hat wirklich jeden seiner ganzen 35er auf 49 Trophäen gedroppt. Das ist weltweit auch wirklich einzigartig. Und dann noch die eine Million Jams als Weltrekord. Also was er da wirklich gemacht hat, ist wirklich einzigartig. Muss man, muss man so sagen. Und vor allem auch viele auf 0 Trophäen, ne? Das ist halt vor allem das Krasse. Die ganzen Browder, die rausgekommen sind. Und so beginnt der unfassbare Weltrekord am 12. Februar 2024. Das heißt, schon mal ganz kurz, wir haben heute den 19. Also der Weltrekord wurde über einen Monat gehalten. Das heißt, er hat über einen Monat nur gewonnen. Geht heftig. Ich bin mal gespannt, wie viele Trophäen er auch heute am Ende hat. Wir werden alles sehen. Also, er zeigt hier erstmal, ja, die ersten Wins. Schon mal ganz entspannt, ne? Wie sind sie hier schon auf 400? Ach, das geht so schnell. Stimmt, klar. Das ist der erste Browder. Die pushen jeden Browder so auf 500. Dax sogar aus Versehen auf 600 Trophäen direkt gepusht. Schaut doch gerne bei Landis YouTube-Kanal vorbei. Link ist ganz oben in der Beschreibung. Und lasst auch gerne hier auf meinem Kanal ein Abo da, wenn ihr in Zukunft keine Brows des Weltrekordes, Updates oder sonstige Videos verpassen wollt. Das sind fast 7.000 Abonnenten inzwischen. Dafür vielen Dank. Das ist direkt die entscheidende Runde für 50 Siege gewesen. Also, sie haben ungefähr tatsächlich 100 bis 200 Siege pro Stunde geschafft. Das müssen wir später mal umrechnen. Das heißt, wir rechnen es mal später um. Wir sehen auf jeden Fall hier das 1 zu 0. Und damit, ja, ich würde sagen, wir skippen mal ein bisschen vor. Damit hier die ersten 50 Siege auch direkt geschafft. Kurzer Zwischenstand. 600 Trophäen. Also, kurz ausrechnen. Pro Win sind es 13 Trophäen. Plus 8 und plus 5. Plus 13 pro Win. Das heißt, das ist jetzt die 100er Siegesserie. Und das sind dann schon mal 1300 Trophäen insgesamt. Und, ja, wir schauen mal an, wie das Ganze läuft. Ja, und wie erwartet ist das jetzt halt nichts Besonderes. Er geht hier rein. Sie machen halt schnell das Tor. Und so machen sie es halt auch bei jedem Brawler. Immer so schön gehen von 0 auf 500. Und bei 500 werden die Gegner ja auch deutlich schwieriger. Und deswegen ist es eigentlich so die beste Herangehensweise. Das Problem ist nur nicht, jeder Brawler ist auf jeder Map auch stark übrigens. Logischerweise. Das war jetzt keine krasse News, aber egal. Da sehen wir es. 100er Siegesserie ist erreicht. 4000 insgesamt. 1300 Trophäen gepusht. Noch am selben Tag macht Landi auch direkt die 200 Siege voll. Zwischenstand. Wir sehen, das wären dann dementsprechend 2600 Trophäen, die er gepusht ist. Also ziemlich genau seine Trophäen damit verdoppelt. Innerhalb von, ich kann es nur schätzen, wahrscheinlich innerhalb von so ein bis zwei Stunden. Das ist krass. Das ist wieder das entscheidende Game. Ich meine, ihr müsst euch überlegen. Damit hat er innerhalb von nicht mal zwei Stunden 2600 Trophäen plus gemacht. Ich eröffne, das ist eigentlich echt krass, wenn ihr darüber nachdenkt, oder? Da sehen wir einmal, wie das Tor fällt. Und schauen uns hier nochmal die Streak an. 200. Und damit geht es rein in den dritten Tag. Tatsächlich konnte Landi nämlich jeden Tag nicht so viel spielen, weil er auch noch auf seine Mates warten muss, die auch Schule haben müssen. Swister und Peter Berger sind, wie gesagt, die beiden Zuschauer, die auch die eine Million Jams gewonnen haben. Auch ein super krasser Push natürlich für den Weltrekord. Krank eigentlich. Wir sehen hier wieder die entscheidende Runde für die 300 Siege. Und ich denke, es war sogar gut, dass die nicht so viel Zeit hatten, die beiden Mates. Weil man glaube, oh, schönes Tor, by the way. Oh, das freut sich lange. Weil es natürlich auch schwierig ist, die Konzentration zu halten über so viele Stunden. Ich meine, jeden Tag fünf Stunden zu pushen, ist vielleicht gar nicht das Geschickteste. 300 Siege in Folge. Und direkt am zweiten Tag werden die 500 Siege in Folge erreicht, wenn sie das schaffen. 9000 Trophäen. Kurz nachrechnen, es sind 6500 Trophäen, die sie damit auf jeden Fall gewonnen haben. Der aktuelle Weltrekord zu diesem Zeitpunkt beträgt 1400 Siege. Also nicht mal die Hälfte haben sie damit. Aber wir schauen uns erst mal an, wie sie es hier geschafft haben. Und hier sehen wir es zum ersten Mal, was ich angesprochen hatte. Sie pushen in Tresorraub. Also falls ihr den Weltrekord auch nachmachen wollt, wovon ich jetzt nicht ausgehe. Pusht auf jeden Fall verschiedene Spielmodi. Ganz wichtig. Das liegt einfach daran, logischerweise, dass nicht jeder Brawler in jedem Modus super stark ist. Wir sehen hier eine Eve. Die ist im Brawball nicht besonders gut. Aber hier mit Wasser funktioniert sie super. Genauso eine Colette. Die kann man auch nicht so gut in Brawball pushen. Und im Brock auch nicht. Das sind drei Brawler, die wirklich eher nicht so viel Leben haben. Und wirklich super gut dafür eben geeignet sind. Für genau diese Tresorraub-Map. Und deswegen haben sie eben auch immer wieder verschiedene Modi gespielt. Zum Beispiel auch Hotzone. Ich glaube aber kein Knockout, wenn ich mich nicht täusche. Weil Knockout wahrscheinlich dann doch zu riskant ist. Ich meine, wenn einer plötzlich stirbt, dann ist die Runde auch direkt vorbei. So, wir schauen hier rein. Ihr seht, die Runde wird gewonnen. Und ich finde es auch immer interessant zu sehen, wie sie hier halt wirklich gepusht haben. Und dass sie eben auch eben nicht nur 1%. 1%. Dass sie eben nicht nur Brawler gepusht haben. Das ist insane. Okay, das ist wirklich insane. So. Damit aber hier die 500er-Siegesserie auch gepackt. Aber einmal verloren, es ist halt vorbei. Oder auch ein Disconnect. Und es werden noch viele krasse Momente in diesem Push natürlich auch kommen, die ich euch zeigen werde. Tag 3 beginnt mit der 600er-Siegesserie. Das heißt, inzwischen sind zum ersten Mal die 10.000 Trophäen geknackt. Sag doch mal, was? Tag 3. Ja. Das bedeutet, Junge, das ist so krank. Er könnte die 10.000 Trophäen innerhalb von 3 Tagen geschafft haben. Und das mit ein paar Stunden pushen. Und damit geht es rein in die entscheidende Runde. Und ich habe euch einen Fehler gesagt. Sie schaffen pro Stunde 50 bis 100 Siege. Nicht 100 bis 200. Das war dann doch ein bisschen zu viel. Also wenn man sehr schnell ist, kann man bis zu 100 pro Stunde schaffen. Das heißt, ja, wie die 600 geschafft. Und das ist jetzt immer super spannend. Denn das ist die 800er-Siegesserie. Und ab dem Zeitpunkt haben sie zum ersten Mal über 10.000 Trophäen gepusht seit Beginn. Und das an Tag 3. Ich kann es nur grob schätzen, wie lange sie gebraucht haben dafür. Das ist auf jeden Fall das entscheidende Game. Ich würde schätzen 800. So grob 10 bis 12 Stunden. Das ist, finde ich, nicht viel. 10 bis 12 Stunden werden sie gebraucht haben. Und dafür haben sie 10.000 Trophäen plus gemacht. Das ist krass. Das ist eigentlich saueffizient, oder? Andere pushen sowas in Jahren nicht. Und sie pushen das in 10 bis 12 Stunden. Das ist wirklich... So viel ist es gar nicht von der Zeit, wie man vielleicht denken würde. Das ist krass, wie schnell die wirklich sind. Ich habe es ja gefragt gehabt. So, hier sehen wir es nochmal. 800er-Siegesserie wird voll gemacht. Das ist so ein kranker Weltrekord, ne? Ich bin so gespannt, was jetzt hier am Ende alles passiert ist. Ich habe jetzt einiges verpasst. Und dann ist es soweit. Es geht um die 1.000er-Siegesserie Weltrekord. Äh, um den... Das hier ist die entscheidende Runde für die 1.000-Siege in Folge. By the way, das Ganze ist nicht öffentlich hochgeladen von Lani. Deswegen sehen wir jetzt hier nochmal mein YouTube-Video. Das gab es exklusiv hier nur auf meinem Kanal scheinbar sogar. Wusste ich gar nicht. Also auch danke an Lani, dass er das Ganze hier zur Verfügung gestellt hat. Wir sehen nochmal, wie das Ganze hier aussah. Ganz entspannt hier auch den Kill gemacht, aufgeultet. Und das bedeutet 13.000 Trophäen ohne zu verlieren. 13.000. Wir schauen uns aber hier auch an, wie die Siegesserie aussieht. Es ist noch nicht der Weltrekord. Da sehen wir es. 1.000. Und wie viele Trophäen hat er? Er müsste dann so 15.500 haben. Ein bisschen mehr. 15.800. Stimmt. Ab jetzt ist natürlich jeder Trophäen-Strett ein unfassbar wichtiger Meilenstein. Denn es fehlen ja nur noch 400 Trophäen. Äh, 400 Siege bis zum Weltrekord. 1420 beträgt, wie gesagt, der Weltrekord, den sich Lani schnappen will. Und das heißt, wenn Sie hier gewinnen, haben Sie schon mal die 1.100 Siege. Und damit fehlen Ihnen nur noch 300 Siege. Das hört sich viel... Oh je. Das hat Lani, glaube ich, mal knapp gefailt sogar. Das ist immer relativ knapp. Oha. Doch, haben Sie geschafft. Junge, Lani hat sich auch richtig gefreut hier sogar noch mal. Und wir sehen es hier noch mal. 1.100. Direkt weiter. 1.200 Siege ist der nächste Schritt. Das steht hier auch schon 1 zu 0. Lani mit Watt ist hier auch mal in der Action. Auch mal sehr spannend. Da wird die Manny hier easy gedocht. Und das bedeutet, wir sind gleich. Wir sind gleich beim Weltrekord. 1420. Oh. Ah, noch mal nicht gescored. Wieder nicht gescored. Oh je. Jetzt gescored. Sehr wichtig. Und da sehen wir es noch mal. 1.200 Siege in Folge. Und es geht direkt weiter. 1.300 Siege. Und jetzt auch mal spannend. Wir sehen Knockout tatsächlich. Knockout auch mal ein völlig anderer Modus noch mal. Was ich auch ziemlich geil finde. Das bedeutet, ähm... Scheiße, sie haben Knockout gepusht? Ich dachte, Knockout ist zu riskant. Aber wenn da natürlich einer stirbt, in dem Fall fast Lani zum Beispiel, dann ist es ja auch... Boah, das ist halt so riskant eigentlich, ne? Ich meine, klar, es ist sehr, sehr low. Aber ihr seht auch, die Gegner sind jetzt auch schon nicht totale Bots. Die treffen auch schon mal ein paar Schüsse. Da kann es halt ganz, ganz schnell mal vorbei sein. Aber es ist direkt hier das 1 zu 0 am Best of 3. Und dann passiert es. Genau was ich vorhin meinte. Lani läuft hier in die Pearl rein. 1 gegen 2. In Knockout. Aber die Mates machen es jetzt hier. Das ist halt das Wichtige, dass er natürlich auch zwei wirklich gute Mates hat. Junge, Junge, Junge. Das hätte auch schnell schief gehen können. Wir sehen es hier einmal an. 1.300, glaube ich jetzt, oder? Nein, 1.400 war das sogar schon. Okay, das heißt, nur noch 20 Siege fehlen ihm. 20 Siege für den Weltrekord. By the way, der Weltrekord war übrigens von Ben und Tim. Den habe ich hier auch nochmal verlinkt. Ja, das war der aktuelle Weltrekordhalter. Ist ein amerikanischer YouTuber. Ich weiß auch gar nicht, warum sie bei 1.400 Siegen aufgehört haben. Vielleicht, weil sie einfach den Weltrekord damit haben wollten, letztlich. So, und damit geht es los. Denn bei 1.400 Siegen durfte ich einfach in die Lobby kommen. Und hier, ob wir den Zwischenstand vom Account erstmal anschauen. Die meisten Brawler so auf 500. Einige Brawler natürlich auch auf 49 Trophäen. Und auch sehr viele auf 0. Also Landi hat direkt gesagt, er will richtig viele Siege holen. Er will vielleicht sogar 2.000, 3.000 Siege in Folge holen. Aber jetzt gilt es erstmal, den Weltrekord zu überbieten. Und dafür musste ich auch erstmal meinen Larry und Lowry maxen. Natürlich, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, denkt natürlich gerne an Crater Code. Jonas im Shop habe ich erstmal hier gekauft, bevor ich meinen Larry und Lowry hier Power 11 gebracht habe. Weil natürlich extra für den Push alles perfekt passen musste. Ich gehe hier nicht mit Power 9 oder Power 10 Brawler noch ein. Das wäre ja auch ziemlich dumm gewesen. Und so geht es los. Wir gewinnen die ersten Runden ziemlich schnell. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein in die entscheidenden Runden für den neuen Siegesserien-Weltrekord. Und hier auch natürlich schöner Carry mit Larry und Lowry. Ja gut, wir sind halt auch auf 100 Trophänen gewesen oder so. Aber ich habe den auch erst auf 35 gepusht gehabt. Die vorletzte Runde für den Siegesserien-Weltrekord. Das sind die letzten drei Runden, die sie jetzt brauchen. Der Weltrekord davor lag übrigens bei 1.420. Und dem jetzt Gewinn haben wir 1.419. Das bedeutet, es sind wirklich die letzten drei Runden, die wir uns jetzt hier anschauen. Ja, ihr seht, es geht wirklich ziemlich schnell. Im Grunde genommen müssen wir hier wirklich eigentlich einfach nur einlaufen. Es darf halt nichts groß schief gehen. Es gab auch einige Stellen natürlich, wo auch mal jemand gestorben ist. Aber in den meisten Fällen ging das super schnell. Ich haue hier nur die Ulti rein. Und das sind die 1.419 Siege. Ich habe es hier, glaube ich, auch noch mal im Profil gezeigt. By the way, auch ich habe eine gute Streak hier gehabt. Ich habe 123. Da sehen wir es. Und wir gehen rein in die entscheidende Runde. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir gleich mit dem aktuellen Weltrekord. Also was heißt wir? Switzer und Landi und ich natürlich nicht. Aber ich durfte hier natürlich mithelfen. Ball kommt nach vorne. Landi macht das hier super. Killt auch die anderen Gegner noch mal. Willow. 1-0 direkt. Und damit geht es hier nach vorne. Junge, das Gadget hat nochmal richtig reingehauen. Der andere Larry Low wird hier rausgenommen. Und das ist tatsächlich... Es sieht so... So... Un... Wie kann man sagen? Unspektakulär aus. Aber es ist die entscheidende Runde, um den Weltrekord auszugleichen. 1.420. Wenn nochmal Landi kurz zugehört. Junge, wie ich den Weltrekord nicht zeige. Was ist das denn? So, da sieht man es nochmal. Aber ein Sieg fehlt noch. Dann ist der neue Weltrekord aufgestellt. Und das ist die entscheidende Runde. Gegen Miko. Und wenn wir das gewinnen, haben wir es wirklich geschafft. 1.000... Also sie haben es geschafft. Aber ich bin ja dabei. 1.420 Siege. 1.421 Siege, um es genau zu nehmen. Und das wäre der neue Weltrekord. Das wäre der neue Weltrekord. Das steht schon 1.0. Miko sogar ein bisschen eklig. Der ist zum Glück hier relativ offensiv reingegangen. Und direkt gestorben. Und damit sehen wir es hier. Let's go. Das ist es. Wir haben auch extra die besten Kombis genommen. Die man auch am leichtesten spielen kann. Muss man wirklich sagen. Da sehen wir es mal 1.421. Und Landi hat auch hier nochmal gesagt, dass er auf jeden Fall noch weitermachen will. Mit den Weltrekorden. Und dann schauen wir uns mal an. Wie es weitergegangen ist. Noch am selben Tag holt sich Landi natürlich die 1.500er Siegesserie. Ich muss kurz ausrechnen. Das sind fast 20.000 Trophäen. 19.500 Trophäen, die er inzwischen gepusht ist. Ich glaube in ungefähr einer Woche. Krass. Und das hier ist die letzte unentscheidende Runde hier gewesen. Für den nächsten Weltrekordmeilenstein. Und damit ist er jetzt immerhin schon fast 100 Siege über dem alten Weltrekord drüber. Jetzt sind Landi und seine Mates nicht mehr aufzuhalten. Die 1.600 Siegesserie wird auch hier geknackt. Und damit hat er inzwischen über 20.000 Trophäen innerhalb von einer Woche gepusht. Kranke Leistung. Der 9. Tag wird erreicht. Inzwischen hat Landi auch die 26.000 Trophäen geknackt. Das bedeutet inzwischen auch schon fast insgesamt 25.000 Trophäen gepusht. 1.800er Siegesserie, wenn sie das hier gewinnen. Und tatsächlich ist die Runde diesmal ein bisschen offener. Sie spielen jetzt hier schon eine Minute. Also die meisten Brawler haben sie inzwischen eben auch schon auf 500 Trophäen. Und vor allem ist die Frage sowieso, was machen sie eben dann, wenn sie alle Brawler auf 500 haben? Dann müssen sie eigentlich halt normalerweise auf 600 Trophäen als nächste Stufe pushen. Also ab dann wird es auf jeden Fall deutlich schwieriger werden. Da kann man ja auch mal irgendwie Lower Accounts facen, die vielleicht auch auf dem Main Account 50.000, 60.000, 70.000 Trophäen haben. Das kann ja alles passieren. Auf jeden Fall sehen wir es erstmal hier. 1.800. Und ich würde sagen, wir gehen mal in die entscheidende Runde für die 2.000 rein. Da sind wir. Entscheidende Runde für 2.000 Siege in Folge. Mir witzig, wie jedes Mal Landi einfach da sitzt und so in die Hände klatscht und wieder einfach tausende Trophäen gepusht ist. Innerhalb von unter zwei Wochen damit über 25.000 Trophäen plus. Wir gehen rein. Entscheidungsrunde 2.000 Siege in Folge. Das bedeutet, der alte Weltrekord wurde jetzt schon um über 600 Siege überboten. 500 Siege überboten, so rum. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wenn mich vorher jemand gefragt hätte, ich hätte nicht gedacht, dass Landi die 2.000er Siegeserie schafft. Ich dachte sogar, er wird den Weltrekord nicht schaffen. Wenn ich ehrlich bin. Weil, ganz einfach, man hat ja mal ein Disconnect zum Beispiel. Man kann ja mal Leute facen, die vielleicht auf dem 2.000 Account sind und im Konter spielen. Er wird vielleicht gesniped von irgendwelchen Leuten. Keine Ahnung, er wurde auch gesniped, meinte er. Aber nee, sie verlieren einfach kein einziges Mal. 2.000 Siege in Folge. Ich dachte nicht, dass das möglich ist. Wie kann das sein, dass er 2.000 Mal in Folge gewinnt? Ich dachte das echt nicht. Aber er hat es geschafft. Und es ist noch nicht vorbei. Und zwar die 2.100er Siegeserie. Und die ist besonders spannend, denn hier erreicht Landi auch zum ersten Mal wieder die 30.000 Gesamt-Trophäen. Das wollen wir uns natürlich anschauen. Das ist die entscheidende Runde für die 2.200er Siegeserie. Das steht schon 1.0. Und ihr seht eben, die Games werden immer schwieriger. Also sie brauchen auch hier wirklich mal wieder so über eine Minute, um zu scoren. Ich meine klar, das ist halt auch 400, 500 Trophäen. Und ihr müsst überlegen, sie müssen ja noch jeden Brawler pushen. In dem Fall Chester. Ich weiß, Chester halten viele von euch, also ich hab's gesehen, viele Zuschauer finden Chester extrem gut. Chester aktuell eigentlich eher schlecht. Aber den unteren Trophäen könnte ja noch okay sein. Aber sie müssen wirklich Brawler pushen, die eben auch nicht so gut sind. Und trotzdem gewinnen sie hier. Und leider hat Landi nicht gezeigt, wie er die 30.000 Trophäen erreicht. Aber wir sehen hier, er ist inzwischen auf 31.331. Also auch inzwischen ziemlich genau 30.000 Trophäen plus. Mit der 2.400er Siegeserie ist es dann eigentlich geschafft. Er ist der erste Spieler, der 30.000 Trophäen am Stück pusht, ohne zu verlieren. Das ist insane. Und, was man auch noch sagen muss, er hat damit den alten Weltrekord schon ziemlich genau um 1.000 Siege übertroffen. Hier sehen wir noch einmal die entscheidende Runde für die 1.400 Siege in Folge. By the way auch übrigens mit einem dritten verschiedenen Mate öfters, weil eben Fetter Burger nicht immer Zeit hatte. Swisser, by the way, dagegen ist übrigens die ganze Zeit dabei und stellt ebenfalls wie Landi diesen kranken Siegeserie-Weltrekord auf. Muss man auch mal an der Stelle betonen, ist eigentlich auch krass. In der Zwischenzeit verliert Landi fast den 2.200er Siegeserie-Weltrekord, denn es gab den 100%-Bug. Bei diesem Bug kommt man eben nicht ins Spiel rein und ihr seht, alle Spieler bleiben stehen. Aber der Byron war irgendwie der Erste, der Gegner, der hier reinkommt. Aber er ist erst mal so dumm zum Glück gewesen und passt hier den Ball einfach mal auf seinen Mate hier, ne? Und braucht ewig, bis er hier das 1.0 schießt. Junge, was macht er da? Was macht er da? Immer noch nicht. Immer noch nicht. Sie sind immer noch nicht zurück. Die Gegner sind inzwischen drin und sie haben wirklich das 1.0 geschossen. Es steht wirklich 1.0 für die Gegner. Ihr müsst euch das mal überlegen. Das hätte komplett schief gehen können an der Stelle, aber sie schafften es ja, das Ganze zu drehen und gewinnen noch. Aber das meine ich halt, wie unfassbar dieser Rekord ist, eben weil sowas jederzeit immer passieren kann. Und so bin ich zurück in der Lobby, denn es geht es hier darum, den 2.500er Siegeserie-Weltrekord zu erreichen. Noch mal danke an Landi, dass ich auch bei den ganzen Sachen hier so dabei sein durfte. Also an der Stelle auch Dank an euch, denn letztendlich kann ich eben diese ganzen Rekorde oder eben solche Videos nur dadurch aufnehmen, dass hier so viele Leute zuschauen und natürlich auch sehr, sehr viele Leute auch bei Landi Support da gelassen haben. Also vielen Dank. Und das Spannende sind immer noch einige Brawler, nicht viele, aber so 8, 9 sind immer noch auf unter 100 Trophäen. Die kann er immer noch easy hochpushen. Und das nach so vielen Siegen. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Ich denke, in Zukunft, wenn es noch mehr Brawler gibt, kann man ja auch noch höhere Siege-Serien-Weltrekorder dann aufstellen. Rein theoretisch zumindest. Ich gehe auf jeden Fall wieder rein und maxe den nächsten Brawler. Junge, erstmal... Okay, wir machen weiter. Queda kommt Jonas wieder. Genau, in dem Fall war es Ember auf Power 11. Aber ich glaube, am Ende habe ich dann gar nicht Ember gespielt, sondern dann doch wieder Lowey Lowey nehmen sollen. Aber egal, fürs Video war es eh cool, wie ich den Brawler hier mit dem Skin gekauft habe. Auch für zukünftige Purs ist bestimmt noch gut geeignet. Und es ist halt jetzt wirklich schon deutlich schwieriger. Wir haben jetzt hier auf 400 und 500 Trophäen gespielt. Und schaut euch das an. Wir kassieren hier zum Beispiel in einem Game direkt fast das erste Gegentor. Also es ist jetzt wirklich nicht mehr so einfach. Wir gehen, würde ich sagen, direkt rein in die entscheidende Runde. Und die entscheidende Runde hat es in sich. Wenn wir jetzt hier gewinnen, ist er der erste Spieler weltweit mit über 2500 Siegen in Folge. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man darüber nachdenkt. Ich habe gar nicht auf die Trophäen geachtet, stimmt. Habe ich jetzt gar nicht mehr so angesprochen. Ich kann kurz mal nachrechnen. Das sollten, was muss ich kurz überlegen, 26.000, 32.500 Trophäen müssten das sein. Schafft er auch die 40.000 in Folge? Das ist die große Frage. Also wir sehen, es ist ein schwieriges Game. Es wird damals 1 zu 0, aber erst nach 40 Sekunden, Junge. Nach 40 Sekunden erst 1 zu 0. Das ist halt wirklich krass, ne? Obwohl wir hier auch so einen guten Larry-Lowey dabei haben, wie mich. Aber wirklich, also es ist echt ein Reingeschwitze. Es ist echt ein Reingeschwitze. Larry-Lowey auch noch immer übrigens ziemlich der beste Brawler. Deswegen haben wir den auch gewählt. Und wir sehen, es ist schwierig. Es ist schwierig. Swisher stirbt hier oben fast. Ball kommt nach vorne. Jetzt ist eigentlich gut aus. Swisher spinnt sich jetzt hier oben schon. Ich versuche hier die Kills rauszuholen. Und damit haben wir es, glaube ich, geschafft, oder? Nein, wir haben es nicht geschafft. Und beide sind down, beide sind down. Das ist so krass gewesen. Ich war so nervös dann vor allem. Und imagine, ich wollte auf gar keinen Fall, dass wir mit mir irgendwie den Rekord verkacken würden. Weil das würde bedeuten, dass ich halt irgendwie schuld wäre. Ich würde auch bestimmt total gehatet werden. Da bin ich sogar fast gestorben. Ich würde bestimmt auch total gehatet werden von allen möglichen Zuschauern, die diesen Rekord verfolgt haben. Dann würden alle sagen, Jonas ist schuld, dass Landi diesen Rekord verliert. Deswegen dürfte das hier auf gar keinen Fall passieren. Ich habe mich super konzentriert. Und guck mal, wieder beide down gewesen. Junge, Junge, Junge. Nee, einer nur down gewesen in dem Fall. Aber ihr seht schon, das ist echt... Stellt euch vor, ich wäre jetzt noch zweimal gestorben. Das wäre safe wenigstens ein Gegentor gewesen. Das ist so krank. Und damit aber jetzt hier das Tor. Ich war so erleichtert in dem Moment. 2500 Siege damit in Folge. Hier gerade noch das Profil von Landi. Ja, da sieht man es mal. Sehr schön, auch seine Sicht hier eingeblendet für meinen Cutter. Und damit insgesamt... Hat man das nicht gesehen, die Trophäen. Digga, wieso down mein Crater-Core? Was ist denn das? Ich schneide echt zu schnell. Und ab hier geht es weiter. 2600er Siegesserie. Weltrekord. Inzwischen sind es fast... Ah, 32.000 Trophäen. 33.000 sind es damit. Die insgesamt gepusht ist. Und wir sehen uns hier den nächsten 100er einmal an. Ab jetzt ist es komplett hart. Ich weiß nicht, was seine Brawler-Übersicht einmal kurz zeigt. Es sollten nur noch wenige Brawler übrig sein. Sie pushen jetzt hier zum Beispiel auch Maisie auf 500, sehe ich. Und das hier ist das entscheidende Game für die 2600 Siege in Folge. Und tatsächlich pushen sie Maisie jetzt hier auf 600 Trophäen. Das heißt, ich denke, bei einigen Brawlern entscheiden sie sich dann lieber, diesen Brawler auf 600 Trophäen zu pushen, bevor sie einen anderen auf 500 pushen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Eben weil Maisie super stark ist. Maisie ist super stark, guter Brawler, sehr stark auch für Brawler. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich einfacher, ihn auf 600 Trophäen zu pushen, als vielleicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, welche Brawler schlecht ist. Sagen wir Penny oder so auf 500 Trophäen zu pushen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wir sehen es hier. 597, 2600 Siege in Folge. Wann ist es vorbei? Das ist jetzt die große Frage. Wann ist es vorbei? Wir schauen rein. Die 3000 Siege sind inzwischen wirklich greifbar. Wir sind jetzt kurz davor, den alten Weltrekord zu verdoppeln. Wir sind bei 2700 Siegen in Folge von Landi. Komplett krass. 36.000 Trophäen insgesamt, damit 33.000 Trophäen ohne Widerlage gepusht. Das ist das letzte Game. Das ist die große Frage. Wir befinden uns, glaube ich, bei ungefähr 600 Trophäen hier auch wieder. Leon aktuell super, super starker Brawler. Und ihr seht, das ist jetzt halt überhaupt kein Vergleich mehr. Es ist halt wirklich, wirklich hart. Landi stirbt hier. Stirbt hier, sagt man so. Und sie liegen zurück. Sie liegen wirklich zurück. 6% beide. 8%, 9%. Sie haben jetzt eine knappe Führung. Sie haben eine knappe Führung, aber es wird super, super hart jetzt für sie. Da ist der Kill. Sie führen weiterhin. Aber überlegt mal. Sie müssen 100 Siege damit schaffen. Ihr müsst überlegen, von solchen Spielen müssen sie 100 in Folge wieder gewinnen, um die nächste Stufe zu erreichen. Ich kann es wirklich kaum in Worte fassen, wie krass dieser Weltrekord ist. Ja klar, ich meine, am Ende sind es immer noch leichtere Gegner. Aber das sind es keine Gegner mehr, wo man jetzt sagen würde, die sind total dumm. Ich meine, guck mal hier. Guck mal, die haben hier unsichtbar ihn gekillt. Es sieht jetzt nicht gut aus. Sie verlieren die Kontrolle. Jetzt sind die Gegner hier in der Zone drin. Das ist echt krass, ne? 33% zu 25. Und wenn sie verlieren, ist es vorbei. Das ist halt das Ding. Normalerweise, wenn man so einen Rang von 30 Push hat, dann ärgert man sich. Aber hier ist es vorbei. Sie liegen wirklich hin. Das kann nicht sein. Ich weiß jetzt auch gar nicht, woran es genau liegt. Larry Lowey ist natürlich ganz eklig. Tick ist gar nicht mal so stark für die Map. Penny ist eine sehr gute Wahl. Aber sie haben die Kontrolle zurück, ne? Aber überleg mal, wie knapp das hier schon wieder ist. Die hatten einfach einen Rückstand jetzt hier schon. Aber jetzt sieht es gut aus. Ich glaube, jetzt müssten sie es normalerweise abwarten. Jetzt ist das die letzte Runde hier. Jetzt hat er Hypercharge. Das ist halt sehr krass. Den Penny Motor auch rausgenommen. Jetzt ist es halt krass. Er hebt jetzt sogar den Hypercharge noch auf auf Save. Jetzt drückt er den Hypercharge. Ja, das ist halt entspannt, ne? Und ab jetzt haben sie eigentlich die Kontrolle und gewinnen die Runde. Das hätte auch wirklich schief gehen können, ne? So, da sehen wir es nochmal. 100 zu 38 am Ende. Ah! Ist schon echt brutal knapp noch. Äh, was heißt brutal knapp? Los. Also es war zwischendrin brutal knapp. Da sehen wir nochmal die Stats. Ja, fast 600 Trophäen halt, ne? Das ist halt die Sache. Das ist halt die Sache. Ist halt jetzt schon deutlich schwieriger. Wir gehen auf den nächsten Meilenstein. Wir gehen auf die 2800 Siege. Noch sind sie im Rennen. 2800 Siege in Folge. Und Gene. Hä? Gene ist auch auf 114 Trophäen. Einfach krass. Insgesamt inzwischen 38.000 Trophäen fast. Also, ja, das wären so 35.000 Trophäen, ohne zu verlieren. Und wir sagen, ah, wir sehen es hier. Es sind wirklich, die haben erst viele auf 600 gebracht. Angelo noch auf 0 haben wir gesehen. Mal zurück. Hat er nochmal hier gezeigt. Angelo auf 0. Dann hatten wir gesehen Carl, Bonnie auch noch low. Ich glaube, Crow ist schon höher. Also, noch 5 Brawler low sogar. Das ist krass. Und hier fürs Video scheinen sich zu entscheiden, dann auch Gene zu opfern. Ist es auch wirklich schlauer. Also, an seiner Stelle würde ich doch jetzt zuerst wirklich alle Brawler hochpushen. Bevor ich am Ende vielleicht noch einen Brawler low habe. Und dann die Siegesserie dumm verliere. Dann würde ich lieber das Maximum rausholen. 1-0 steht es hier schon mal. Schlecht auch ein bisschen von der Willow gespielt. Und damit ein Kill. Und dann haben sie die 2600 Siege in Folge. Und das ist wirklich mal ein bisschen entspannter als die anderen Games. Ich muss eigentlich gleich noch mal reinschauen, ob es auch irgendwie ein anderes sehr, sehr knappes Game gab, was ich ansonsten übersehen habe. Ich meine, dieses Hotzone-Game war ja auch schon relativ knapp zwischendrin. Tor fällt auf jeden Fall. Lande wieder hier entspannt. Den nächsten Sieg am holen. Das ist ja so viel Zeit, was die auch reinstecken. Da sehen wir es. 2800. Das große Ziel ist vor Augen. Die 3000er Siegesserie. Der neue Weltrekord ist schon überboten. Wir sprechen jetzt hier davon, dass er den alten Weltrekord schon mehr als verdoppelt hat. 2893. Die letzten sieben Games. Wir gehen rein in das entscheidende Game für die 2900. Okay, ganz kurz zwischendrin. Ich wollte es mal kurz wissen. Die meisten Games sehen halt so aus. Die Gegner holen jetzt hier 2%. Lode auch sehr stark aktuell, gerade für Hotzone. 100 zu 2. Und das hier ist die Entscheidung für die 2900 Siege. Und ihr seht, es sieht nicht ganz so gut aus. Zuerst zumindest. Sie werden hier fast beide gestorben. Aber, also ich sage ehrlich, im Grunde genommen ist es damit entschieden. Die Zone ist drin. Wobei, wenn man einmal die Kontrolle verliert, in Hotzone ist es dann... Sagen wir so, derjenige, der die Kontrolle hat, gewinnt halt meistens in Hotzone. Und in dem Fall haben jetzt sie die Kontrolle. Aber wenn sie die Kontrolle halt verlieren, dann ist halt auch wieder ganz schnell vorbei. Das ist halt so das Ding. Aber wir sehen. Ich glaube, ich werde es mal hier ein bisschen cutten, weil ihr seht, sie verlieren hier die Kontrolle. Einfach überhaupt nicht. Das haben auch alle Ulti. Das ist ein totaler Konter auch gegen die anderen Brawler. Da wird nichts anbrennen. Da wird nichts anbrennen. Genau so sieht es aus. 100 zu 5%. Ich hoffe, es ist für euch okay, dass ich jetzt das Game nicht komplett gezeigt habe. Das war halt zu klar, ne? 2900 Siege in Folge. Bei 3000 hätten sie 39.000 Trophäen. Ist die Frage, schaffen sie die 40.000 Trophäen zu pushen, ohne zu verlieren? Damit geht es rein in den nächsten Meilenstein. 3000 Siege in Folge oder auch 39.000 Trophäen. Das heißt, sie bräuchten fast 3100 Siege, dann hätten sie die 40.000 Trophäen in Folge gepusht. Da habe ich mich verrechnet. Ne, es passt nicht. Wieso passt es nicht? Es müssten 3000 mal 13 Trophäen sein. Oder haben sie nicht jedes Mal plus 8 und plus 5 bekommen? Also gerne korrigieren, wenn ich gerade falsch liege. 3000? Nein, es müssten 39.000 sein. Aber sie haben nicht ganz 39.000, sondern nur 36.000 plus gemacht. Das verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht, hä? Die Games laufen auf jeden Fall wieder absolut souverän. Und hier Rico, Angelo auch sehr stark und natürlich Switzer hier auch auf der Bell. By the way, wie gesagt, Switzer auch weiterhin mit dem selben Weltrekord hier mit Landi unterwegs. Darf ihn an der Stelle auch nicht vergessen. Kranke Leistung auch von ihm. Und auch finde ich geil, dass Landi hier auch, oder die beiden halt auch zusammen den Weltrekord so aufgestellt haben. Das ist die entscheidende Runde für die 3000 Siege in Folge. Wie gesagt, ich persönlich hätte gedacht, dass es irgendwie schon bei 1000 Schluss ist. Also das ist echt unfassbar. Aber es sind aber, warum auch immer, keine 39.000 Trophäen. Das verstehe ich wirklich nicht. Also 3000 mal 13 Trophäen wären eigentlich 39.000. Und sie sind deutlich drunter. Sie haben nur ungefähr, ich weiß nicht, so 37.000 Trophäen plus gemacht. Das verstehe ich wirklich nicht. Bin ich jetzt gerade auch lost? Habt ihr die Lösung dafür in den Kommentaren. Aber sie haben, er wird ja keine Trophäenflucht oder Showdown gespielt haben zwischendrin. Keine Ahnung. Ja, wir sehen auf jeden Fall, die Kontrolle ist komplett da. Ich glaube, dazu muss man gar nichts groß sagen. Sie gewinnen hier auf jeden Fall souverän die Runde. Damit ist es geschafft. 3000 Siege in Folge. Mehr als das Doppelte, was jemals irgendwer geschafft hat. Und wie sieht es von den Trophäen aus? Der Start war bei 2800. Ich muss nur kurz rechnen. Hä? Das sind etwas mehr als 36.000 Trophäen. Und damit gehen wir rein in dieses Hotzone-Spiel. Wir sehen schon, zwei Spieler sind müthig. Einer ist Legendary 3 von den Gegnern. Das bedeutet, also allein dieser Legendary 3 Chuck wäre zum Beispiel aktuell in Deutschland so auf Platz 300. Das ist schon sehr, sehr krass. Und wir sehen, dimensprechend direkt, Landy wird rausgenommen. Landy wird rausgenommen. Äh, ne, sein Mate wird rausgenommen. Switzer wird direkt rausgenommen. Landy geht eng. Ist gut mit dem Gadget rein, stirbt aber auch. Sie hat Penny direkt den Mord hat. Chuck hat direkt die Ulti. Und Switzer ist es hier in der Mitte. Trotzdem, sie haben einigermaßen die Kontrolle. Die Penny stirbt jetzt hier noch. Chuck ist auch relativ low, wenn die Jessie... Ja, das ist super gut. Das ist super, super, super gut. Aber diese Gegner sind natürlich ernst zu nehmen. Diese Gegner sind mehr als ernst zu nehmen. Dadurch, dass sie eben einfach diese unfassbaren Erfolge schon... Also, was heißt unfassbar? Diese soliden Ergebnisse schon in Bauerliga haben, ne? Der Chuck geht es hier einmal durch. Trifft auch Landy. Versucht, Leon zu treffen. Macht die nächste Ulti direkt. Switzer geht hier knapp down. Jetzt ist hier das Geschütz auf dem Feld. Aber weiterhin ist es okay. Es ist okay. Es geht klar. Nächste Ulti. Junge, dieser Chuck macht immer wieder Ulti. Sie haben übrigens weiter die Kontrolle. Problem ist vor allem, der Penny-Mord ist noch oben in der Ecke. Und auch das Geschütz von Landy bringt nicht so viel, weil die Penny dadurch eben die Streuschlüsse durchschauen kann. Trotzdem sieht es gut aus. 58, 60 zu 16. Chuck geht rein. Hypercharge von Leon. Junge, dieser Chuck geht die ganze Zeit total wild durch. Das ist, glaube ich, der, der, wie gesagt, auch ein Legendary ist. Landy schafft es aber hier. Jetzt natürlich Hypercharge von Jesse. Ist eigentlich okay. Ist okay. Jetzt ist eigentlich ein Punkt erreicht, der schwierig ist. Ihr seht es nämlich hier. Weil Hypercharge natürlich ganz, ganz eklig ist. Aber sie haben die Kontrolle. 67 zu 25. Deutlicher Vorsprung. Nächstes Turret. Junge, dieser Chuck immer wieder drüber. Aber es geht. Es geht. Sie kriegen weiterhin die Kontrolle. Junge, dieser Chuck, ne? Dieser Chuck. Das ist unfassbar. Jesse auch mit dem Geschütz jetzt wieder. Und langsam aber sicher holen die Gegner auf. Es steht immer noch 71 zu 34. Aber jetzt wieder das Geschütz hier von Jesse. Das Problem ist auch, der Penny-Mord ist immer noch die ganze Zeit auch in der Ecke. Schaut sich an. Wieder hier unsichtbar der Chuck hier nochmal drüber gegangen. Nächste Ulti trifft wieder beide. Macht die nächste... Junge, diese Ultis von Chuck. Das ist gar nicht gut. Hypercharge ist von Jesse. Leon ist unsichtbar. Macht das sehr gut. Killed nicht ganz. Oh mein Gott. 85 zu 70. 85 zu 75. Zu 77. Es ist der Ausgleich gleich. Chuck geht schon wieder. Junge, Chuck einfach. Der Legendary 3 Chuck. 87 zu 91. Da kommt der Clown Spin. Das ist unfassbar. WTF mit 7%. Junge. Was sagt Landi? Ja. Und dann haben wir verloren. Oh je. Tut sehr weh. Das tut sehr weh. Hier sehen wir nochmal Landis Profil. Und das ist natürlich unglaublich. Angelo noch auf 0. Power 1. Ey, Power 11. Das tut so weh. Das kann nicht sein, Mann. Den hätten sie doch easy mitnehmen sollen vorher. Surge. 49 Trophäen. Das gibt's doch gar nicht. Carl auch 49. Bonnie 263. Das ist wirklich crazy. Ansonsten alle mindestens auf 500. Wo hat denn die Pam zum Beispiel diese gepusht? Junge, 600 Trophäen. Da haben sie verloren ungefähr. Sie haben erst so viele hier auf 600 gepusht. Und die sind, glaube ich, danach gekommen, die ich 7 Monate habe. Aber das ist unfassbar. Sie hätten doch eigentlich easy noch zuerst die drei unteren pushen können. Das wäre nochmal locker 200 Wins gewesen. Aber gut. Kann man im Nachhinein immer sagen. Aber krass ist, dass sie die low gelassen haben. Ach so, das lag übrigens, glaube ich, daran, weil Switzer keine lowen Brawler mehr hatte. Und die den Weltrekord ja zusammen machen wollten. Stimmt, deswegen macht's wieder Sinn, dass er sich die hier aufgehoben hat. Stimmt, auch wieder. Wenn ihr nichts zu weiteren Brawlers Weltrekorden verpassen wollt, lasst natürlich unbedingt ein Abo da. Wir sind inzwischen fast 700.000 Abonnenten. Klicken wir uns schon mal an Landi, trotzdem zum absolut kranken Weltrekord. Ich finde die Leistung mehr als beeindruckend. Und ansonsten, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, denkt gerne an Creator Code Jonas ganz rechts im Shop. Haut rein. Da ist noch der Abspann verlinkt. Bis zum nächsten Video. Und danke. Wie gesagt. Für den absoluten Hype aktuell. Ciao.